Findest du das eigentlich gerecht, dass Frauen weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen als Männer? Ich nicht. Findest du das gerecht, dass manche Leute monatelang auf eine lebenswichtige medizinische Untersuchung warten müssen und andere, die privat versichert sind, kriegen den Termin sofort? Ich nicht. Findest es gerecht, dass ein Baby in Afrika stirbt und wenn es in Europa geboren wäre, dann hätte es medizinische Hilfe gegeben? Ich nicht. Es ist so vieles ungerecht in unserer Welt. Aber was kannst du dagegen machen? Und als Einzelner schon gar nichts, oder? Stopp! Das Geburtstagskind, das wir heute feiern, ist da völlig anderer Meinung. In seiner Zeit gab es auch viele Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe im Bus den Platz für einen Weißen freimachen mussten. Oder dass Schwarze nicht auf dieselbe Toilette gehen durften wie Weiße. Oder dass Schwarze nicht die gleichen Schulen besuchen durften wie Weiße. Martin Luther King gab sich damit nicht zufrieden. Er kämpfte gegen Ungerechtigkeiten und veränderte viel. Immer ohne Gewalt. Einmal sagte er rückblickend, ich wollte den Kampf aufgeben. Ich grübelte darüber nach, wie ich von der Bildfläche verschwinden könnte, ohne als Feigling zu erscheinen. In diesem Zustand äußerster Mutlosigkeit legte ich Gott meine Not hin. In diesem Augenblick erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine innere Stimme, die mir Mut zusprach. Steh auf für die Gerechtigkeit. Steh auf für die Wahrheit. Und Gott wird immer an deiner Seite sein. Heute wäre Martin Luther King 90 Jahre alt geworden. Im Nachtgebet bete ich um den Mut, dass wir, da wo wir leben, die Ungerechtigkeiten mit friedlichen Mitteln bekämpfen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.